Das Fazit Die Samsung NX2000 präsentierte sich im Test als solide spiegellose Systemkamera, die in vielen Punkten nur knapp hinter dem Spitzenmodell NX300 liegt oder sogar zu diesem aufschließen kann. Dafür sorgt zum einen die gute Bildqualität. Die Samsung NX2000 erreicht das gleiche Ergebnis wie das Spitzenmodell. Bis ISO 800 werden sehr gute und bis ISO 3200 ohne größere Einschränkungen nutzbare Bilder aufgenommen. Auch bei der Serienbildaufnahme liegt die NX2000 nur knapp hinter dem Spitzenmodell. Beim Autofokus muss sie sich dafür geschlagen geben. Hier liegt die NX300 dank Phasenautofokus vorne. Den größten Unterschied zwischen beiden Modellen gibt es bei der Bedienung. Während die NX300 der Touchdisplay noch viele weitere Tasten besitzt, wurden diese bei der NX2000 eingespart. Somit ist man fast vollständig auf die Touchbedienung angewiesen, die bei vielen Einstellungen doch etwas mühevoller ist. Samsung hat als Zielgruppe dieser spiegellosen Systemkamera jedoch wohl nicht den klassischen Fotografen im Blick, sondern eher Einsteiger, die bisher viel mit dem Smartphone fotografiert haben und daher diese Bedienung gewohnt sind. Das LCD der NX2000 fällt mit 3,7 Zoll zum Bedienen auf alle Fälle groß genug aus und arbeitet durch die kapazitive Technik auch sehr präzise und flott. Mit seinen über 1,1 Mio. Subpixeln sorgt es zudem für eine richtig scharfe Darstellung. Für die Samsung NX2000 sprechen des Weiteren die gute Bildqualität im Videomodus, die vielen Optionen bei der kabellosen Kommunikation über WLAN sowie das gute Handling. Dass kein integrierter Blitz vorhanden ist, ist kein K.O.-Kriterium und war bei diesem kompakten Design wohl auch nicht anders realisierbar. Komfortabler ist ein integrierter Blitz natürlich immer und vergessen werden kann dieser zudem auch nicht. Warum Samsung statt auf SD-Speicherkarten auf Micro-SD-Karten setzt, bleibt unklar. Logisch ist dieser Schritt aber nicht. Wer die Bedienung per Touch-Display bevorzugt, erhält eine rundum gut ausgestattete Systemkamera ohne größere Schwächen. Wer auf Tasten nicht verzichten will, ist bei der Samsung NX2000 aber sicherlich falsch. Die D-Kamera.de Testurteile zur Kamera